Mein Name ist Roland Hildebrandt. Wir sind eine moderne Raumausstattung, die für die Innendekoration Gardinen, Bodenbeläge, Sonnenschutz und Polzern anbietet. Unser Team freut sich Ihnen, Ideen für Ihre Wohnraumgestaltung zu machen und diese dann handwerklich perfekt umzusetzen. Besuchen Sie uns in unserer Ausstellung in Rennchen, Hauptstraße 68, oder rufen Sie uns an. Wir kommen auch gerne zu Ihnen nach Hause. Lassen Sie sich inspirieren. Ambiente zum Wohlfühlen. Raumgestaltung Hildebrandt.